Oh mein Gott, Romatra! Er hat gerade jemand seine Mutter umgebracht. Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Es ist Dezember, das heißt, ich rotz gerade jeden Tag so viele Videos raus, wie es nur geht, damit ich maximal viel Erlös habe. Damit ich im Januar, klar, so wie alle anderen YouTuber, überhaupt nicht arbeiten muss. Ja, moin! Ihr kennt das, meine Freunde. Dieser Job ist alles, was ich habe. Natürlich werde ich im Januar weiterarbeiten. What the f***? Mit dabei ist heute niemand geringeres, als die personifizierte Geldmissgeburt von YouTube. Willkommen im Channel. Beleidige mich noch einmal und ich nehme ihn eh wieder mit dir auf. Perfekt. Grüße geht übrigens raus an Trimax und den Kanal, der die ganze Zeit die Best-of von Trimax hier macht. Best-of Craft-Attack-Fails, meine Freunde. Max, sei bitte weiterhin Craft-Attack und Minecraft, damit ich hier die Möglichkeit habe, weiterhin Geld auf deinen Nacken zu verdienen. Jetzt mal ganz kurz eine ernste Frage. Moment! 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 Der Original-Kanal ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Grüße geht raus an Trimax. Lukas, du musst dabei sein, weil du eine echt lustige Lacher hast. Das war es an der Stelle dann auch. Ich würde sagen, wir fangen direkt an, meine Freunde. Let's f***ing go. Folgt mir auf Instagram, für Instagram, den Namen. Ihr wisst Bescheid. Moin, 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 Max hier. Ich lade dich ein, ich bin Trimax. Groß ist die Welt und schön. Digga, tritt das halt einfach schon. Bist du gut im PvP? Da ist sie wieder. Hier gilt das gleiche Gesetz wie in Texas. Wenn jemand dein Grundstück betritt, darfst du ihm einen kompletten Headshot geben mit einer Shotgun. Ich weiß jetzt nicht, Max, ob das in Minecraft überhaupt machbar ist. Also, falls jemand die Grenzüberschreiten sollte von unserem Grundstück, hast du freies Schussfeld. Das sind alle Leute, die hier sind vogelfrei. Und wenn du jemanden erledigst, gibt es dafür jeweils eine Belohnung. Okay. Max? Max, ihr habt was gemutet. Gut, nichts gesagt. Meinst du mich gerade? Ja. Oh. Der Kopf. Wenn jemand auf unser Grundstück geht. Der Kopf. Sind wir denn mächtig genug? Gehen wir einfach vom schlimmsten Fall aus. Gehen wir mal vom Worst-Case-Szenario aus. Petrit hat auf einmal vier Verbündete und die greifen uns an. Mit TNT, Waffen und... Das wird nicht passieren, dass Petrit in irgendeiner Staffel Crowdattack Verbündete findet. Wird nicht passieren. Kann ich euch so sagen. Wird niemals passieren. Guckt mal, wie sehr das triggert, Alter. Schau mal, wie sein Sch***inventar... Er hat 15 Kaktus und 43. Er könnte das zu einem Stack zusammenfassen. Macht er nicht. Er hat überall 22 und 28 Cobblestone. Er hat alles verteilt. Er hat das Schwert obendrinne, Alter. Das heißt, wenn er irgendwann mal attackt wird, dann schreit er wieder nach Hilfe. Max, du hast Minecraft einfach nicht verstanden. Du hast es nicht mit dem Gefühl, Junge. Junge, Junge, Junge. Peinliche Aktion. Die ganze letzte Folge haben wir schon 20 Minuten geguckt, wie der seine Kaktus-Tower ist. Und wir sind durchgehend 12.500 Zuschauer. Das ist so insane, dass das 12.000... Er lacht selber darüber, dass 12.500 Leute dabei zugucken. Gut, hier baut er wieder am Kaktus-Tower. Schauen wir nochmal ganz los, was er hier jetzt macht. Romata, das war ja richtig lost. Ach, der ist runtergefallen. Ich weiß es nicht. Romata ist, glaube ich, runtergefallen. Digga, wie hoch baut er die? Wofür? Ich weiß es auch nicht. Es ist absolut, absolut, absolut affig. Okay, jetzt macht er selber gerade am runterfallen. Achtung, jetzt geht es wieder los. Er kommt wieder wieder raus. Das ist der Ausgang, wo man nach unten zu gehen. Guck mal. Guck sie diese beiden Sessionen an. Dass du es genau auf den Millimeter darauf bauen musstest. Das war mein Ausgang. Einfach keins. Glück. Perfekt. Da war er wieder, der Schlaganfall von TriMax. Max, es ist wirklich an der Zeit, dass du dein Gehirn mal ordentlich untersuchen lassen solltest. Ich weiß, Alkohol konserviert normalerweise, aber es gilt nicht fürs Gehirn und die Leber. Grüße geht raus an der Stelle. Ich baue mich hierhin hoch. Was? Wahrscheinlich baut er sich hoch. Genau, das macht er. Ja, was ist denn jetzt hier Stein? Was hast du denn jetzt hier gemacht? Weil, dann setzt er den Stein durch, weil sonst fließt da Wasser durch. Wenn da kein Stein ist, fließt da Wasser durch. Durchs Glas fließt Wasser? Ich raffe gerade nichts, Säger. Alter, das Ding ist, das ist ein Wasseraufzug, okay? Ja. In der Mitte fließt Wasser. Und Max hat gerade gefragt, ob durch Glas Wasser durchfließt. Klar. Ist das im echten Leben so, Lukas? Kennst du es nicht auch? Wenn du ein Wasserglas in der Hand hast und das Wasser einfach plötzlich durchs Glas durchbackt, passiert doch immer, oder? Wenn ihr im Essen seid. Wer kennt es nicht, Leute? Gut, dass wir ihm viel Wein trinken. Da passiert das nämlich nicht. Ja, jetzt hat er auch... Es fällt Wasser auf meinem Kopf. Es fällt Wasser auf meinem Kopf. Es fällt Wasser auf, ey. Es gibt so Calls wie Fortwell. So, was hat er Stein weggebaut? Sein Blick, sein Blick. Ich weiß nicht, was du willst. Geh weg, sonst könntest du dir nichts bauen. Bauen die sich ganz alt. Die sind so dumm, Alter. Die sind beide so dumm. Ja, ich werde dir wahrscheinlich wieder trinken. Ja, GG, jetzt hat er was abgeboten. Er trinkt. Du, er trinkst gerade auch. Er trinkt. Ach, er ist immer noch drin, Leute. Er trinkt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so schwer ist. Wirklich nicht. Alter, Max, du bist so dumm. Richtig. Junge, iss doch endlich was, Alter. Du musst nur was essen, dann... Guck dir seine Mimik an. Guck dir seine Mimik an. Oh, ich raste auf. Das Wasser strömt hier falsch. Oh mein Gott, Romatra. Er hat gerade hier mal seine Mutter umgebracht. Guck mal. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an, Alter. Leo, perfektes Handlerbild. Ist mein ganzes Hopper-System zerstört. Das kann ich jetzt nicht fassen. Es ist alles so wie vorher jetzt. Du hast es nicht repariert. Du hast einen Block gesetzt, Max. Du hast einen Block gesetzt. Ach, nice. Das ärgert mich so sehr. Ich habe dir einen Auftrag gegeben. Und es hat zu drei Nachteilen geführt. Bisher hat noch keinen Vorteil. Drecksfeuer, Digga, ey. Max, Max denkt die ganze Zeit, er ist so ein Großindustrieller in Minecraft. Weißt du, was ich meine? Max denkt immer, er ist ein Firmenchef. Der ist ganz woanders mit dem Kopf. Voll Scheiße, das ärgert mich richtig. Ganze Zeit. Was ist das, was ich hier gebaut habe? Geil, Mann! Ja, also, das ist jetzt nicht... Wow. Also, ja, Kaktus-Farm-Halle, ne? Wow. Okay, ich stelle mich einfach bei dir am Haus, da in die Ender-Chester. Wow. Pass auf, bei der Pigment-Farm... Das weiß ich, das weiß ich, aber... Willst du... Die machen so Sch***geräusche, die sehen Sch*** aus, die stinken, die können ausbrechen. Wir wollen doch ausrasten, oder? Wir wollen doch richtig ausrasten, oder? Bei Max ist das Ding, die machen Sch***geräusche, brauche ich nicht. Ob es uns weiterhilft oder nicht, ist egal. Ist egal. Was hat er vor? Weiß nicht. Er hat es mal nichts. Was ist eine geile Schaufel. Max ist eine Schaufel. Das ist halt... Was eine geile Schaufel. Oh, diese Minecraft-Schaufel. Oh, Daddy. What the f***? Bruder. Du musst aufpassen, dass es dir nicht kaputt geht, Max. Du musst aufpassen, dass du dich den ganzen Tag nur Scheiße laberst. Oh, krass. Dafür feiert er sich aber auch. Dafür feiert er sich auch immer für solche Brüche, ne? Der Chat sagt, er hat dich einfach ausgelacht. Ja, dann soll er halt. Was will ich machen? Oh mein Gott. Eine Bootfalle hingebaut. Was für eine Assi-Scheiße. Eine Bootfalle. Eine Bootfalle. Das Wasser ist da einfach auf zwei Ebenen und ich habe noch nie jemanden in Minecraft gesehen, der mit seinem Boot untergegangen ist, Alter. Und ich wundere mich, warum hier so viele Boote untergegangen sind. Das ist ein ganz mieser Trick. Das ist ein ganz mieser Trick. Das könnte man easy reparieren. Ja, es ist trotzdem eine Bootfalle. Genau, das ist eine Bootfalle. Das ist echt fies. Das ist so, als wenn du den Leuten einen Panama-Kanal anbietest und dann ist mitten im Panama-Kanal die übelsten Stromstelle und jedes Schiffwasser durchfahren möchte, um eine kleine Abkürzung zu nehmen, geht übelst unter. Weißt du? Wahrscheinlich so ist das. Der hat was davon. Achtung, Kampf. Der will das machen. Achtung. Scheiß Viecher. Der schlägt da ganz daneben. Guck mal. Stark, Max. Du hast dreimal daneben gehauen, Alter. Digga, was bauen die da? Das sieht aus wie ein Herr der Ringe in einen sauren Turm. Der Spawn. Nee, nee, es gibt... Der Spawn ist hier hinten irgendwo. Warte mal. Render Distance, kick mal hin. Kick mal richtig Rinder. Da, das ist der Spawn. Da sieht man auch den Beacon oben drauf. Und das ist gebaut selber. Ich bin nicht lost. Ihr seid lost. Also die, die es geschrieben haben, ihr seid richtig lost. Das ist immer das Ding. Max diskutiert die ganze Zeit mit seinem Chat, wer beschissen ist. Und meistens muss ich ganz ehrlich sagen, Max, du ziehst da absolut, absolut den Kürzeren. Hi Max, was geht's? Alter, ich hab dich übel vermisst. Ja, echt? Obwohl wir uns eigentlich... Merkwürdig, wir kennen uns erst seit drei Stunden. Aber trotzdem. Alter, dieser Scheißhaufen. Ich hab acht Stunden durchgezogen. Ist maximal high. Dieses Ding, Alter. Dieses Sch**turm. Irgendwann mach ich ihn kaputt, den Kürzer, ich sag's euch, Mann. Lukas, ich schwör dir. Bitte. Mach die Kaktusfahnen vom Scheinwitz kaputt. Dann quittet er das Projekt, hat er gesagt. Wie, echt jetzt? Wir haben schon zwei Öfen, die angefeiert werden. Wir brauchen einen Bambus. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr aufpassen wollt. Der hat einfach alle... Guck mal, der hat die ganze Rüstung von Romata gedeinkt. Siehst du das, der Zombie? Das ist an, was ich hatte. Scheiße. Mini-Zombie, Achtung. Der ist wieder tot. Oh nein, Mann. Der magische... WTF, kommt jetzt zu mir. Ja, lauf einfach. Er spielt wieder Fortnite. Er spielt einfach wieder Fortnite, Alter. Ihr habt unsere Base verloren gegen Zombies. Genau, das baut man am besten mit dem Schwerd. Wenn man ihm... Möchtest du mal wenn irgendwo gekommen? Jetzt muss ich mich runter... Ich geh aber weg. Er will nicht. Stegi, what's the f***? Holy s***. Hattest du deinen eigenen... Deinen eigenen Enchantment Table? Komm, er ist mir zu weit weg. Ich hau ab. Was macht er jetzt? Oh mein Gott, er wird irgendwo richtig hohl landen. Oh, mein Buß geht nicht mehr. Er drückt die ganze Zeit F. Siehst du, er drückt die ganze Zeit F, weil die Carrot die ganze Zeit die Hand wechselt. Man kann das halt nur einmal machen. Ich kann nicht mehr bußen. Ich kann nicht mehr bußen. Das geht auch nur einmal. Aber er ist immer in dem Wasser gelandet, Alter. Alter, sausamft gelandet. Falls ihr einen Piloten braucht, ich kann euch fliegen. Das Ding ist, weißt du, Max denkt halt immer, dass alles, was er macht, komplett OP ist. Dass alles, was er tut, super gut gespielt ist. Aber Endeffekt, merkt er gar nicht, wie viel Sch*** er spielt. Schau dir dieses Inventar an. Da ist nichts zu essen drin. Das ist nichts sortiert. Da sind drei Diamant-Ader-Blöcke drin. Max ist mit Abstand der schlechteste Minecraft-Spieler, den ich persönlich kenne. Oh shit, der gerade ist voll. Oh, der explodiert. Oh no. Boom. Scheiße, Mann. Max, wo seid ihr denn alle? Guck mal, wie er direkt wegrennt. Da ist ein Skelett, der rennt direkt. Er panikt. Hier ist Krieg an unserer Basis. Junge, Alter. Max ist ein Minecraft-Mob. Spinnen. Skelett-Bogen-Schützen. Skelett-Bogen-Schützen. Ah, das ist klar. Ja, warum hast du nicht ausgeleuchtet? Explosion-Creeper. Das ist jetzt mit Fragen durchleicht. Das war der Moment von Colmex gerade. Ehre? Beiseite. Matra, mach keinen Scheiß, ne? Was denn? Die sind alle so dumm. Die sind alle so dumm. Sag doch was. Sag doch nicht. Mach keinen Scheiß-Sack. Das stimmt. Das war ein echt starker Call. Das war ein echt starker Call, Max. Schaut doch an dich. Ich versuche das zu zähmen mit einem komplett falschen Item. Verrottet im Fleisch. Ich bin gleich wieder zurück. Golden Apfel. Ich verstehe es an der Stelle. Du, Damm. Wieso du siehst du da? Ist sie dumm, oder was? Jede Katze isst natürlich gerne goldene Äpfel und Diamanten. Einen Monat ist das schweißen. Oh Gott, bin ich los. Also ich bin... Nee, komm, Digga, nee! Alter, 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 Max. Bitte löcht dieses Game von deinem PC. Gott, Alter, meine Herren. Bin ich beschissen in diesem Spiel. Wow, also das kann gar nicht sein. Absolut peinlich. Da gibt es aber auch zu. Weißt du? Nee, aber ich finde Zocken unter Alkoholeinfluss ist absolut low. Findest du? Ja, also ich bin für Alkohol. Gerade bei Partymachen und so. Alles nice. Ich bin für Alkohol. Ich bin für Alkohol. Ihr jüngeren Zuschauer, tastet euch da ran und dann läuft das. Kriegt ihr ein gesundes Gefühl für und dann ist das schon worth. Ja, starke Aussage. Man kann aber auch ohne Spaß Alkohol haben. Was? Perfekt. Ich würde sagen, wir beenden es einfach mit dem Zitat. Lukas, generelle Meinung zu Trimax in Minecraft. Ähm... Auf jeden Fall besser als so. Sprechen wir nicht drüber. Ich würde sagen, meine Freunde, das war es noch in diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, schaut auf jeden Fall gerne bei Trimax vorbei und bei Vibe vorbei und natürlich bei dem Kanal, den ihr es best aufs Hochschlitz. Inshallah. Amla. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss, Leute. Ciao. 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 Ciao.